Jetzt kill ich wieder ein, dann warten wir wieder eine Minute. Bis 304 bei Perfect Block. Kann man mit einem neuen Party-Scroll, wo keine Offline-Partymitglieder rausgeworfen werden, die Party unendlich halten, auch wenn man off ist und am nächsten Tag wieder online kommt? Das ist zwar nicht die Definition von unendlich, aber das funktioniert, was du geschrieben hast. Bei einem Server-Reset wird die Party aber wahrscheinlich gelöscht. Wahrscheinlich, sage ich. Kannst einen Moderator oder so mal fragen, ob das wirklich so ist. Aber warum sollten sie das so sagen? Also, ich denke nicht, dass die Party dann unendlich besteht, aber dann müsstest du dieses Scroll ja nur ein einziges Mal in deinem gesamten Leben kaufen. Also ein sehr schlechtes Cash-Up-Item, wenn du es nur einmal kaufen müsstest für den Rest deines Lebens. Also ich vermute nicht, dass das funktioniert. Okay, let's go. Aufpassen, Barkani. Da hast du auf jeden Fall einen Bonus bekommen. Ich habe eine 0,02 gekriegt. Und jetzt kriege ich 0,03. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da richtig weird. Irgendwas stimmt da nicht. Oder es ist so, dass es halt immer nur für ein Monster zählt. Das ergibt ja keinen Sinn, dann würde es ja nur fürs Erste zählen. Wer denkt sich dieser Scheiß da eigentlich aus? Oh Mann, Alter. Also er kriegt quasi für den ersten kriegt er Bonus, für den zweiten auch, obwohl ich eine Minute warte. Und für den dritten, den ich direkt danach töte, kriegt er dann nichts mehr. Wie so, als wäre es für einen Mob gespeichert und wenn er es dann stirbt, ist es egal, ob er beim dritten geheilt hat oder nicht. Wer versucht diese Kacke herauszufinden? Ja, war wohl ein Fehler. Heute Nachmittag ist es dir fast das Random vorgekommen. Es waren 20 bis 30 Mobs immer. Also der Typ hat mit Mobs Aue 20 bis 30 Stück und du hast dann immer nur für die Hälfte XP bekommen oder was? Bonus XP besser gesagt. Hauptteier Nummer 2 hat noch kein Damage gemacht. Netz, alle. Okay. Ich glaube, man muss nicht eine Minute warten, weil es ist eigentlich egal. Wahrscheinlich kann man es gleich schon machen. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit gewartet haben, wäre es unlogisch, jetzt nicht mehr zu warten. Aber ich glaube, man muss nicht warten. Ich denke, das Phänomen würde sofort passieren. Wenn ich es jetzt kille, würde der eine Bonus XP geben, der andere nicht. Bin mir ziemlich sicher. Ich denke, die Zeit spielt ja keine Rolle. Das wäre voll unlogisch eigentlich. Genau, jetzt noch einmal Ice Arrow. Und Flame Arrow müsst jetzt garantiert beide töten auf einen Schlag. Bist du ready, Bakani? Bist du bereit? Boom. Zeitgleich gestorben. Und? Jetzt habe ich Bonus für beide. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ihr habt keinen Bock mehr. Ciao. Das ist immer so blöd, wenn man merkt, dass man schon zu Hause ist. Ah. Aaaaaaah